So, jetzt sind wir mal wieder hier im Dungeon. Ich hoffe das ist auch schon der richtige Weg, den ich gegangen bin. Wohl nichts, blöd. Gucken wir mal, ob wir nochmal zurück können. Ja, reib's mir unter die Nase. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, wenn es mal irgendwie in Sailodus was drin ist. Nein, ist Nia Automata. Hat zwar nicht hier diesen Anime Look, aber ist wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. War ich jetzt hier schon oder? Ich sollte mir echt die Wege merken. Ne, da bin ich glaube ich lang gelaufen. Dann laufe ich erstmal da lang. Alles explodiert. Oh. 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 Na gut, auch da muss ich sagen, auch da habe ich es auf der PS4 geholt. Wir wissen, es sind so viele Spieleentwickler immer so fahrlässig, was PC Portierung angeht. Ich bin auch noch gerade bei solchen Titeln, das ist ja echt schade. Oh, was auch sehr geil wird, nächstes, ich hoffe mal nächstes Jahr, endlich das Final Fantasy 7 Remake. Da warte ich seit 100 Jahren glaube ich schon drauf. Sooo Au Nein Oh come on, aufnehmen Mann Ja, es war wohl immer noch nicht der Datenträger. Na die sind wohl also laut dem Entwickler schon relativ weit in der Mache, hatten sich jetzt aber erstmal auf Kingdom Hearts auf den neuen Teil konzentriert, deswegen haben sie Final Fantasy 7 das Remake erstmal komplett auf Eis gelegt gehabt. Aber sind wohl auf jeden Fall dran, also ich hoffe mal nicht, dass es wie Half-Life 3 wird und halt einfach niemals kommt. Das ist ein ewiger Mythos. Hey, da war ein Schatz. Schatz-Truhe, Schatz-Truhe. Wuhu Hm Hä, hab ich den Schatz geschnallt? Ja doch. Hm Mal eine kurze kleine Off-Topic Frage zum Stream. Ähhh Ich musste ein bisschen was rumstellen. Passt das eigentlich so von der Lautstärke her und halt auch Spiel-Sound gegen Mikrofon-Sound? Ich bin mir echt nicht so sicher, ob das Spielsaal nicht einfach ein bisschen zu laut gerade ist. Okidoki. Danke. Yay! Und wir haben's! Also ich muss sagen, ich hasse Elgato. Ich hatte noch nie so viele Probleme bei einem Stream, als wo ich die PS4 mit der Elgato gestreamt habe, wie ich jetzt hier gehört. Perfekt. Dankeschön. Ja passt. Sollte es eigentlich hinhauen, wenn ich den Sound so knapp unter der Hälfte lautstecke lasse. Nein, 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 nein. So, was brauche ich denn jetzt? Noch ein Quest. Ähm Reimsach. Jemand hat ein Tagebuch verloren, der Inhalt soll peinlich sein. Darum müssen wir es finden, bevor es jemand anderen in die Hände fällt. Sucht das dieses Tagebuch im Labor der untergangenen uns Zivilisation. Hm. Na dann machen wir das doch auch gleich. Oh. Mir ist gerade noch ein Grund eingefallen, weswegen du das Spiel hier nicht unbedingt kaufen solltest. Es hat die Ladezeiten der Hölle. Und das für ein neues Spiel. Also wenn du da mal von deiner Hauptstation irgendwo in so einem Dungeon oder sowas reist, in der Zeit kannst du eigentlich einmal kacken gehen. Ja. 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 Nicht gut, oder was? Arsch, 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 arsch. Hast du ein Anime schon gesehen, oder taugt dir nichts? Immer dann, wenn ich heile, dann... Ah, Mann! Achso, das ist eine wirklich gute Seele. Da werde ich auf jeden Fall mal reinziehen. Jetzt bin ich gerade erst mal... Hallo? Der macht ja gar nichts. Au, aber hinter mir werde ich beballert. Ich war gestern auf der Comic Con in Stuttgart. Ich war kurz davor, mir Kireto schwer zu kaufen. Einfach so. Aber habe es dann doch gelassen. Stirb doch! Oh, ich springe aber noch daneben. Eigentlich wollte ich doch da rein. Mann! Wo ist denn hier der Eingang? Ja, ich glaube, das werde ich mir mal als nächstes reinziehen in Sword Art Online. Ich muss aber erst mal noch das Seven Deadly Sins fertig gucken. Bin ich gerade bei der zweiten Staffel. Ist auch ganz geil. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich habe mir gestern die komplette erste Staffel davon angeguckt. Und die zwei UVAs habe ich jetzt schon gesehen. Und Seven Deadly Sins, The Holy War oder so. Das sind vier Teile Special. Ach, leck mich doch. Ich suche jetzt hier mal den Eingang. Mann! Das kann doch nicht so blöd sein, den Eingang zu finden. Ich glaube, es gibt hier gar keinen Eingang. Das ist einfach das, wenn er hier sucht. Weg mit dir. So, wo könnte hier ein Schatz liegen? Ja, aber irgendwo muss ja das Labor sein. Also, wo ist hier ein Labor? Ich habe irgendwas von Fate habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß leider nicht mehr genau welches. Schon eine ganze ganze Weile her. Da ich momentan einfach immer nicht weiß, was ich gucken soll. Mache ich es mir einfach ganz einfach. Schaue einfach in Google die Besten ein. Ich gucke einfach die Liste durch und fertig. Wo ist denn hier ein Labor? Wo? Es gibt immer eine Möglichkeit. Und Google ist dein Freund. Auch wenn sie deine ganzen Daten auslesen. Was davon sieht denn bitte aus wie ein Labor? Wo? Das ist da oder? Nein. Nein. Wir schauen nicht auf. Die Tür auf. Nein. Auch nicht. Och Mann. Als wenigstens level ich hier gut. Ja, ich bin so ein kleiner Junkie was das angeht. Ich habe Netflix, Amazon Prime, Max. der kann nicht die serie diesen Part von Fate angucken ohne die anderen alle gesehen zu haben oder sind die nicht miteinander verknüpft von der Story her oder brauche ich da irgendwelches Vorwissen von Fate um das anzugucken und zu verstehen ok der Schatz da vorne war schon der wo ich schon eingesammelt habe oder nicht Glaube Phase Zero habe ich schon gesehen ich bin echt nicht mehr sicher verzieh dich oh was leuchtet denn da so gelb ich bin spoilern gewohnt irgendwie spoil ich mich leider immer selbst so ein wenig bei den ganzen Animes und so bisschen blöd also noch ein Grund nicht das Spiel zu kaufen ist man findet das scheiß Labor nicht hmm aus irgendeinem Grund ist jetzt gerade leider mein Chat verschwunden ich kann nicht mehr lesen was du schreibst schau mal kurz was den hier nochmal aufmachen kann schau mal kurz was den hier nochmal aufmachen schau mal kurz durch und